Dortmund Anfang der 80er Jahre Wegen der hohen Arbeitslosigkeit nach dem Niedergang von Kohle und Stahl hatten die Neonazis leichtes Spiel. Als ich in der Schule meine Meinung dagegen äußerte, hätte mich das fast umgebracht. Ich bin der Grund umgebracht. Ich bin der Grund umgebracht. Ich bin der Grund umgebracht. Vielen Dank.